Und damit herzlich willkommen zurück bzw. sehr herzlich willkommen zu einem neuen Display und zwar Call of Duty Modern Warfare 2 Wir spielen die Kampagne fürs Protokoll ist die erste Mission Ich hoffe dass das was ich gerade gesehen habe noch mal kommt und deshalb kündige ich es jetzt schon mal an was bisher geschah Ich kann es nicht einfach so antippen Also was bisher geschah Der Frischling Sir Also was ist so überhaupt für ein Name Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen Wir vergessen unsere Freunde nicht Zakhaev Imran Zakhaev Mein Blut an ihren Händen Wir haben einen Raketenstart wiederholen Wir haben einen Raketenstart 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 Und jetzt sind wir fünf Jahre später Ja. Und damit nochmal willkommen zu Call of Duty Modern Warfare 2. Hört sich gut an. Na, unerwartet. Wenn man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund. Das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. You're mine, ne? Um es anders zu sagen, Krieg bleibt immer gleich scheiße. Meist, wir scheinen der Beste zu sein. Oder einer in unserer Gruppe ist auf jeden Fall der Beste. Die alte Leier, Tag 1, 15.30 Uhr. Oder 15.30 Uhr. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Zeiten sagt. Wir kommen zu Abdrücken für Anfänger. Oh Gott. Private Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Nichts für ungut. Aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos umsichtballern. Ich suche immer nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie ihnen, wovon ich rede. Nehmen Sie die Waffe vom Tisch und feuern Sie auf die Ziele hinter Ihnen. Nehmen Sie Waffe vom Tisch. Und Sie können Sie auf die Ziele feuern. Steuerung für Ansicht hoch, runter, umkehren. Nein, auf keinen Fall. Seine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Erst ducken, dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Wer ist nicht dabei? Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wird. Private Allen, nehmen Sie die Splittergranate vom Tisch. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Ich kann gerade noch nicht so viel reden, weil er relativ viel redet. Danke für die Hilfe, Private Allen. Gerne. Jetzt rüber zur Grube. General Shepard will sehen, wie sie den Kurs bestehen. Darf ich mal kurz was anmerken? Okay, ich wollte gerade sagen, die sind alle schwarz, aber die sind eigentlich alle nicht schwarz außer ihm. Die sahen auf die Distanz so dunkel aus. Aber so richtig amerikanisch sieht eigentlich nur er hier aus. Russisch. Russisch-Arabisch. Arabisch. Kann ich schlecht beurteilen? Sieht so aus wie er. Gut. Äh, Tab. Benutzen Sie Ihre Zielanzeige und finden Sie die Grube. Gut. Guten Tag. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe diesen Teil noch nie gespielt. Und mir fällt gerade auf, dass es viel zu laut ist auf meinen Ohren. Ich fahre erst mal die halbe Treppe hier runter. Ja, genau. Ich hoffe, das Spiel läuft flüssig. Guten Tag. Moin. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Nehmen Sie sich eine Pistole. Gib. Gut, jetzt zum Gewehr wechseln. Äh, kann ich nicht scrollen? Warte. Optionen. Steuerung. Bewegung. Ist nicht Bewegung. Waffe wechseln. Gut, dass wir den Desert Iger benutzen. Ja, aber noch schneller ist, noch schneller ist, äh, Messer. Moment. Ich hätte gerne Messer auf irgendeine Paste gelegt. Moment. Nahkampf E. Nein. Nahkampf das da. Oder V. Bitte. V oder Marcel. Holograph. Holograph. Okay. Ah, so. Mit Messer, okay. Ah, kurva. Ich bin raus. Das ist absolut richtig. 46 Sekunden. 23,24. Ein Feind. Leider schlechte Prozession. Verfehlte Feind. Gehörte Zivilisten. Empfohlen Schwierigkeitsgrad. Soldat. Ich würde sagen, das machen wir nochmal mit der Waffe hier. Äh. Warte mal, wiederholen. Ich wollte noch gar nicht raus. Ich kann mir den Sniper gönnen. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Okay. Okay. Bereit gesichert. Weiterhin geblühtel. Die Kette ist auf. Kümmern Sie mit dem Rücken. Bereit gesichert. Und raus. Sechs Sekunden schneller. Nice. Das hätte mir doch schon deutlich besser gefallen. Das ist absolut okay. Präzisionsbonus gekriegt. 35, nice. Ich spiele doch seltener. Und treffen Sie die Ende. Batterien für unsere Päck 4. Wir sind in der Situation anders. Lackt das? Ich hoffe nicht. Alle Einsätze für den Fahrzeugen. Wir rücken ab. Alle Einsätze für den Fahrzeugen. Wir rücken ab. Wir haben den Kontakt verloren. Alle Mann in die Fahrzeuge. Wir rücken ab. Bro, da sieht aber nicht gut aus. Möchte ich mal kurz anmerken? Ich bin mir zu missiert, dass ich das nie gespielt habe. Übrigens. Errungenschaft freigeschaltet. Zurück im Sattel. Wir sind die mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Nö. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Nö. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben. Aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat. Aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Das ist eine Zeit für Helden. Eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Nö. An die Arbeit. Die Geschichte wird nicht von Siegern geschrieben. Also, klar wird die Geschichte von Siegern aufgeschrieben. Aber gemacht wird sie meistens von... ...den Schlimmen. Äh, Jungs, was ist denn hier die Aufgabe, bitte? Beschützen Sie den Brückenleger. Okay. Oh, ich brauch gar nicht so hochziehen. Okay. Aua. Äh, ich komm übrigens nicht mehr weg. Also, ich komm ja wirklich nicht mehr weg. Geil. Bang. Wir werden wieder schon nochmal schießen. Aua. 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 Zu hoch. Ich finde den Brückenleger übrigens unglaublich cool. Von dem, was er tut. Weil das ziemlich geile Funktion ist, ehrlich. Aua. Let's go, Jungs. Aua. Fährt einfach über mich drüber. Das da? Also, das da. Oder, oder das da. Ich habe gerade erwartet, die Brücke stürzt ein. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir sind oder welches Jahr wir haben. Kann schön das MG vordrehen lassen. Das machen wir natürlich auch gleich. Du nimmst die Rücklieder hier mit? Gut gemacht. Big Forward. Nice. Guter Name. Gut, klar, Jungs. Geht klar. Erster Part wird wie immer ein bisschen länger. Ein bisschen staubig hier. Der bräuchte zusammen. Würde ich wetten. Da geht es übrigens hinten nicht raus. Keine Sorge, die Zivilisten sind okay. Die Bedeckung. Drei, meinen Sie auf dem Balkon auf zwölf Uhr. Wahrscheinlich Milizkämpfer. Sind Sie bewaffnet? Noch nicht. Sie beobachten, nur zu mal. Ich wette Sie beobachten, Jungs. Heißt nicht, dass wir auf Sie schießen dürfen. Jungs. Sieht jemand, sieht jemand. Ich sehe überhaupt nichts. Alle Hunter-Fahrzeuge, hier saßen Coley. Bereit machen zum Angriff. Nachrichten Feuer auf mehreren Richtungen. Legen wir mal los. Jungs, ich habe schon auf euch geschossen. Möchte ich mal kurz anmerken, ne? Oh, shit. Jungs, was ist denn hier los, Alter? Junge, ich sehe überhaupt gar nichts. Möchte ich mir kurz anmerken. Ist er dead? Ging schon mal schnell? Okay, Konzentration voll nach vorne. Das ist unsere. Junge, was geht denn hier ab, ey? Komm, ich bin wieder klar. Gehen Sie in Deckung. Ja, lustig. Ha, 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 ha. Kurva. Sie bewegen sich oben. Weg von den Fenstern und die oberen Etage sichern. Los, los. Lassen Sie an, auf der da rein. Okay. So, Eltona ist vielleicht doch ziemlich anspruchsvoll. Eventuell. Sie sind verletzt. Gehen Sie in Deckung? Ja, ha, ha, ha. Sie bewegen sich oben. Weg von den Fenstern. Zwei Vögel, ein Stein. Zwei Vögel, ein Stein. Zwei Vögel, ein Stein. Ich habe die Schule vor mir. Zwei, eins. Sie sind hier kampfunfähig. Sie stehen unter schweren Beschuss aus der Schule. Können Sie helfen? Over. Zusammenreisen. Zwei Vögel, zwei Vögel, wir sind unterwegs. Zwei Vögel, ein Stein. Hallo, von wo schießt du denn, du Wichser? Drücken Sie Kuh, meine Blendkanade zu werfen. Okay. Habe ich. Und jetzt? Also durchaus möglich, dass ich absolut blind bin. Aber ich bin absolut blind und sehe die nicht. Ich bin total für mich. Ja, ich bin total für mich. Nein, ich bin total für mich. Ich bin total für mich. Äh, was sind Granaten? Okay. Bomben. Gut, hier ist safe. Lade. Öp. Immer wieder Ruhe. Ich muss zwischen gar mal nachladen, Jungs. Richtig. Hunter 2, 1. Hier Hunter 2, 3. Danke für die Hilfe. Wir rücken mit dem Hammer von Hunter 3 auf. Over. Router. Router, mein Reih. Au. Kurz nachladen. Und welches von den 80? Hunter 2, 1. Hier Overlord. Bitte kommen. Oh, Junge. Ist das stressig. Verstanden Hunter 2, 1. Vorsichtig zum Sammelfunkt vorrücken. Da könnten bewaffnete Feinde sein. Ach was. Bist du jetzt denn selber drauf gekommen? Wären sie nicht bewaffnet, wären sie keine Feinde. Auf zum Sammelfunkt. Wo schießt du hin? Oh. Hade. Hade eigentlich gedacht, ich hab dich schon seit 10 Minuten weggeschädtert, Alter. Jungs, wir sind da. Let's go. Nette erste Mission muss ich sagen. Wieso sind wir auf einmal in CIA? What the fuck? Ich möchte übrigens nicht so viel reden dabei, weil irgendwann kommt ja wieder laba laba. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, welches Jahr wir sind. Hört sich gut an. Wir sind jetzt scheinbar... 141, eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dann so ist es dort viel zu kalt. Located Captain Soap McTavish. Und ich würde sagen, dies hier weiter geht's in den nächsten Part. Bis dahin, haut rein und tschüss.